schönen guten morgen hier vom fluss camping ja das war wieder mal eine ganz ruhige nacht hier keine nebengeräusche sozusagen und wir haben geschlafen wie die murmeltiere zehn stunden lang somit ist jetzt doch etwas später schon nämlich 11 und ja wir sind irgendwie immer noch bei der morgenroutine dran wenn das plätschern hört im hintergrund die alles am duschen ich war auch schon weil die dusche hier auf dem platz die ist doch ein stück weg irgendwie kilometer ist es glaube ich im zentralen gebäude hier und da haben wir keine lust drauf hin zu laufen und somit mal duschen im oski und das seit langem mal wieder ich glaube das erste mal seit panama oder so oder noch vorher keine ahnung ist jedenfalls schon eine weile her heute ist mal das ziel zuerst akurie akurie ist die größte stadt im norden und zwar weitaus die größte das hat glaube ich so um die 20.000 einwohner und da wird man mal ein bisschen einkaufen noch und sicherlich mal einen rundgang durch die stadt machen und dann fahren wir weiter richtung norden über eine halbinsel heute mal mit der analogen karte zur abwechslung also wir sind jetzt ungefähr hier und akurie ist da und dann fahren wir heute einmal darüber dieses ding drüber hier ich sehe jetzt nicht genau wie das heißt tungna bixjykl ist der höchste berg der schon glaube ich so leicht vergletschert sogar und ob wir jetzt dann den nordspitz daneben über siglufjordur oder ob man dann hier den pass fahren die lag heidi das müssen wir noch mal sehen machen wir ein bisschen wetterabhängig und das ziel wäre dann heute irgendwie das hier sauda crocour sauda crocour oder wie das heißt und dann sind wir dann schon so langsam richtung westfjorde unterwegs das ist hier drüben das gebiet und ansonsten haben wir heute jetzt nicht wirklich einen plan was wir machen wir lassen uns einfach inspirieren von dem was wir sehen jetzt habe ich gerade mal geschaut ob in dem fluss noch ein lachs schwimmt aber nichts gesehen so Musik Musik Jetzt haben wir die Wattler Heidi bezwungen, wenn das wirklich so heißt, wie auf der Karte eingezeichnet, und stehen hier über dem Fjord und mit Blick auf die Großstadt Accoré ist da. Musik Musik Ja, was tut man nicht alles für ein paar schöne Aufnahmen. Alles hat es gut gemeint. Jetzt darf ich nur einen halben Kilometer laufen. Musik So Großstadt, Shopping in Accoré. Viel brauchen wir nicht. Musik Das ist hier so eine richtige Einkaufsmall, kann man sagen. Und die ist erstaunlich groß für eine Stadt mit 20.000 Einwohnern. Aber ich glaube, das ist halt wirklich auch so das Zentrum für den ganzen Norden hier. Da können die ganzen Nordisländer mal so richtig shoppen. Musik Im normalen Supermarkt gibt man im normalen Supermarkt in Island kriegst du eins nicht. Alkohol über 2,5 Prozent. Und den gibt es in der Wienbudin. Und da laufen wir jetzt mal hin. Hier so durch die Vorstadt von Accoré. Das sieht ein bisschen aus wie überall. Es gibt auch hier mehr Familienhäuser. Ich bin glaube ich die ersten übersehen. Das Accoré hier hat sogar eine Fußgängerzone. Und die Fußgängerzone ist dort vorn. Und dann laufen wir jetzt auch noch schnell hin. Eine Wunderzahl hatte ich ja schon gesagt. 20.000 in etwa. Und das ist jetzt genau die Innenstadt hier. Es ist aber keine eigentliche Altstadt. Kann man nicht sagen. Weil Accoré ist noch nicht so lange so groß. Und darum gibt es jetzt auch keine echte Altstadt hier. Aber immer eine Fußgängerzone. Und die Stadt ist eine der sonnigsten in Island. Und eine der wärmsten auch. Weil das Wetter oft aus Westen oder Südwesten kommt. Und darum gibt es hier so eine Art Föhneffekt. Wie in den Alpen. Und das ist darum oft freundliches Wetter. Wenn es woanders schlecht ist. Und das schlägt sich dann auch in den Temperaturen nieder. Heute ist es zum Beispiel auch ganz angenehm. Obwohl wir eigentlich keinen Südwind haben. Sondern eher Nordwind. Es ist trotzdem irgendwie so 12-13 Grad hier. Und man kann also ganz gut aushalten. Ja, das gehört natürlich nach Island auch. Warme Pullover. Da gibt es eine große Auswahl. Das ist jetzt die isländische Spezialität. Ein Hotdog. Ja. Sie sagte sei der beste in der Stadt. Probieren wir jetzt mal aus. Und gut. Lecker. Pilsur. Auf isländisch. Hotdog. Auf englisch. Die machen sie gut hier. Ja. Ich denke wenn wir wieder mal so eine Hotdogbude sehen. In einem anderen Ort. Schlagen wir zu und probieren nochmal was aus. Da gibt es die abenteuerlichsten Kombinationen. Aber jetzt auf zur Winbudin. Das ist jetzt die Straße die wir gelaufen sind. Die Hafna Strati. Und Hafna Strati glaube ich. Spricht man es aus. Und jetzt müssen wir in die Hula Braut. Und da ist der Schnapsladen. So sah es früher aus. Auch nicht schlecht. Ja und jetzt laufen wir auf den Laden für die Schnapsnasen direkt zu. Da holen wir jetzt mal ein, zwei Fläschchen Rotwein. Na eine Auswahl haben sie schon. Bis zum nächsten Mal. Wo waren wir nach Drift? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Angekommen in Siglufjördur Ziemlich weit oben auf dieser Halbinsel Nördlich von Akoré Nordwestlich muss man sagen Und hier in Siglufjördur gibt es zwei Campingplätze Einer ist mitten im Ort Ist ein Schotterplatz direkt am Hafen Da ist ziemlich was los Ist nicht so ruhig Und vor allem nicht schön Und da gibt es einen, der ist etwas außerhalb vom Ort Und der ist einfach landschaftlich Deutlich besser Ja, wir wollten eigentlich Wäsche waschen Aber ja, wir verschieben das Nochmal einen Tag, denke ich Und hier ist es eben schön ruhig Bis auf die da oben Die machen ein bisschen Geschrei Ansonst echt ein ruhiges Plätzchen Mit toller Aussicht auch Da unten der Flughafen Und da die Straße, auf der wir gekommen sind Durch den Tunnel Durch die zwei Tunnels Und dort oben Da hat es glaube ich noch Skigebiete Da führt auch noch eine Straße hoch Und ein Lift ist zu sehen Und wir stehen da an einem kleinen See Und hinter dem See Ein Lupinen bestandener Lawinenschutzdamm Tja, ich würde sagen Hier kann man es aushalten Wind ist auch fast keiner Temperatur 10 Grad Wolkendeckel ist dicht Aber es regnet nicht Wenn man esillarbt Ou Also wieder montrer Aufmerksamkeit ist dicht